Stalingrad. Hier geht Ende Januar 1943 eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs zu Ende. Dann kam die Nachricht, wir sind eingegesselt, aber haben uns keine Gedanken gemacht. Was soll denn das? Wenn da ein Gegenangriff ist, dann sind wir wieder draußen. Ja, Brüstekuchen, da waren wir vollkommen für uns alleine gestellt. Der Mythos von der Ritterlichkeit und der Unbesiegbarkeit deutscher Soldaten ist Geschichte. Was die moralische Willkommenheit der Deutschen angeht, so wird auf der sowjetischen Seite immer wieder darauf gebrocht, dass wir eine moralische Idee haben, dass wir wissen, wofür wir kämpfen. Wir kämpfen für die Befreiung. Adolf Hitler opfert seinem Wahn eine ganze Armee. Der Rest geht in Gefangenschaft. Es gibt Verlierer und Sieger. Die waren erst die Sieger, dann die Verlierer. Und im Krieg hat es da auch der Spruch, wehe den Verlierer. Den hohen Preis zahlen die einfachen Soldaten. Sommer 1942. In der Sowjetunion ist Hitlers Wehrmacht auf dem Vormarsch. Die jungen Soldaten sollen hier gemäß der nationalsozialistischen Ideologie Lebensraum im Osten sichern und die slawischen Völker unterjochen. Es geht noch gut voran. Bis zum Ende 1941 verzeichneten die Deutschen bereits drei Millionen sowjetische Gefangene. Ebenso viele Soldaten der Roten Armee waren bis dahin gefallen. Beim Vormarsch gen Osten war auch der heute 93 Jahre alte Erich Burkhardt aus Oelsnitz im Vogtland mit dabei. Er erinnert sich noch gut daran, wie er zur Wehrmacht kam. Ich hätte mich nie freiwillig zur Armee gemeldet. Ich war kein Soldatentyp. Aber wenn du einmal dort bist, kann sich ja nichts weigern. Du hast den Befehl zu gehorchen, auszuführen und die Disziplin. Du konntest nicht aus der Reihe tanzen. Das war selbstverständlich. Wir hatten eine Wehrpflicht. Für Hitler steht bereits 1940 fest, dass er die Sowjetunion angreifen wird, trotz des noch im Jahr zuvor unterzeichneten Nicht-Angriffspakts. Im Dezember erlässt der Diktator an das Oberkommando der Wehrmacht die Weisung, bis Mai 1941 den Angriff vorzubereiten. Auch Wilhelm Bernau ist damals Soldat in der Wehrmacht. Der 92-Jährige aus Jüterbock war schon im Westfeldzug dabei und hat den schnellen Sieg über Frankreich erlebt. Das waren alles Blitzkriege. Und der Führer wird es so machen, also da kann überhaupt nichts passieren. Wir haben solche Generalität und so weiter und solche Waffen, dass überhaupt nichts mehr schief gehen kann. Da hat ja noch keiner an irgendetwas anderes gedacht. Siegestrunken fahren die Männer schließlich gen Osten. Sie sind guter Dinge. An eine Niederlage ist nicht zu denken. Was genau ihre Mission ist und was die jungen Soldaten im Osten tatsächlich erwartet, wissen sie jedoch bis kurz vor dem Überfall nicht. Dann wurde etappenweise immer ein weiter östlich gefahren. Jeden zweiten, dritten Tag Stellungswechsel, bis wir dann kurz vor dem Bug waren, am 21. Juni. Da wussten wir noch nicht, was los ist. Und abends am 21. Juni hieß es Batterie antreten. Da mussten wir alle antreten und unser Batterieschiff hat bekannt gegeben, Befehl von Adolf Hitler, morgen früh, 3.15 Uhr marschieren wir in die Sowjetunion ein, um den Erzfeind der Welt, den Bolschewismus zu besiegen. Sie sollen einen Vernichtungstrieg gegen die vermeintlichen Untermenschen im Osten führen. Über dreieinhalb Millionen Soldaten aus Nazi-Deutschland und den mit ihnen verbündeten Staaten überfallen die Sowjetunion. Die breite Front reicht von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. In Deutschland sorgt die Nazi-Propaganda für Euphorie. Die für uneinnehmbar gehaltene Stalin-Linie ist durchstoßen. Unaufhaltsam geht es weiter vorwärts. Wilhelm Bernau hat seine Erlebnisse an jener Stalin-Linie damals in sein Tagebuch geschrieben. Seine Aufzeichnungen sind bis heute erhalten geblieben. Und da schreibe ich dann am Sonntag, 22. Juni, um 2 Uhr in Stellung gegangen. Punkt 3.15 Uhr Angriff gegen den Bolschewismus. 500 Meter vor dem Bug. Um 5.30 Uhr erst diese zwei gefangene Russen. Auch Erich Burkhardt erinnert sich an den Tag. Wir wussten doch vorher noch nichts, dass hier der Krieg wird. Wahrscheinlich hat es Hitler erwartet, dass es so schnell ging in Russland wie in Frankreich, wo es sich unheimlich geirrt hat. Die deutschen Bodentruppen überrennen die vielerorts überraschten sowjetischen Soldaten. Im Tagebuch notiert Wilhelm Bernau den weiteren Verlauf des Tages. Bunker, 8 Stunden gehalten, alle von den Russen. 70 Mann drin, 66 erschossen. Das war Stalins Leib gerade. Abends 30 Kilometer vor waren alles diese Russen, auch junge Leute, so wie wir. Und dann habe ich zum Schluss geschrieben, Acksmann, linken Unterarm verloren. Reichsjugendführer Arthur Acksmann wird bereits in den ersten Stunden des Angriffstages verwundet. Er überlebt und kehrt nach Deutschland zurück. Die Deutschen stürmen weiter vorwärts. Umliegende Dörfer legen sie in Schutt und Asche. Gnadenlos wird der Widerstand der sowjetischen Truppen gebrochen. Dieses Bunkersystem, das wurde nur von den Russen 8 Stunden gehalten. Die kam nicht vorbei, unsere Infanterie. Und da habe ich dann das erste Mal gesehen, Flammenwerfer, die eingesetzt wurden. Und das erste und letzte Mal, also die großamste Waffe, möchte ich sagen, die es mitgeben kann. Aber die sind ja nicht rangekommen. Und da sind dann die mit den Feuerdingern da ran und haben dann alles ausgeräuchert da. Am nächsten Tag sind wir vorbeigefahren, da hat man die verbrannten Leichen da. Die sind doch rausgerannt gekommen, dann scheinbar aus dem Bunkersystem. Naja, und dann ging es weiter. Die Soldaten ziehen weiter Richtung Osten, bis sie in der heutigen Ukraine ankommen. Westlich von Kiew, in der Stadt Chitomir, erleben die jungen Soldaten, wie die rassistische Nazi-Ideologie auch hier mitleidlos in die Tat umgesetzt wird. Wir haben da an den Stadtrand von Chitomir geliehen und da muss irgendjemand, ich weiß nicht, wie, muss da gesagt haben, geht mal da hin, hier ein paar hundert Meter, da sind morgens Judenerschießungen. Und wir sind mit ein paar Kameraden da hingegangen, haben sich das angeguckt da. War furchtbar, ja. Es werden hundert gewesen sein. Ein paar Lastwaren voll haben sie da gebracht. Ich höre bloß noch, wie der eine deutsche Soldat sagt, Mensch, der wird ja auch erschossen, der hat ja für mich gestern noch ein paar Stiefel gemacht. Mensch, ich muss schon sagen, da wird mir jetzt noch ein bisschen schwimmelig, wenn ich daran denke. Die Grausamkeiten gehen auch im Spätsommer weiter. Viele der sowjetischen Soldaten, die in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten, sterben auf den langen Märschen. Andere werden zum Arbeiten und Sterben in deutsche Lager verschleppt. Allein in der Schlacht um Kiew nehmen die Deutschen mehr als 600.000 Sowjets gefangen. Durch Propaganda hat man uns dabei bringen wollen, das ist ein unterentwickeltes Volk, die Russen. Was irgendwie großer Blödsinn ist. Aber so haben wir die auch betrachtet, die ersten Gefangenen, die wir dann gesehen haben, die dann gefangen genommen waren. Kamen ja dann Kolonnen nachher schon. Man hat sich selber gedacht, wenn ich jetzt in Gefangenschaft, dann laufe ich genauso rum wie die eventuell. Man hatte schon Angst dann, dass man auch in Gefangenschaft große Angst. Die deutschen Truppen verzeichnen derweil auf breiter Front weiter große territoriale Erfolge. Sowohl Bodentruppen als auch die Luftwaffe der Wehrmacht ebnen den Weg für den geplanten, schnellen Sieg über den Bolschewismus. Hitler plant den Angriff auf die sowjetische Hauptstadt Moskau. Die Soldaten glauben noch immer, vor Weihnachten wieder zu Hause zu sein. Der Widerstand der Roten Armee wird nun zwar stärker, trotzen können die Sowjets dem harten Vorgehen der Deutschen dennoch nicht. Der deutsche Historiker Jochen Hellbeck hatte in den letzten Jahren erstmals Gelegenheit, streng geheime Gespräche mit Rotarmisten auszuwerten. Eine sowjetische Kommission führte diese noch während des Krieges. Man findet in den Protokollen überraschend viel Kritik. Es werden einige Kommandeure als schlechtweg unfähig dargestellt. Es ist deutlich wahrzunehmen, dass einige Kampfhandlungen als überholt und geradeweg schädlich dargestellt werden oder inzwischen begriffen worden sind. Also das ewige Anrennen in eine Infanteriekette nach der anderen, dass die im Grunde gegen befestigte deutsche Stellen losgeschickt werden. Das war ein Desaster. Im Herbst 1941 gerät der Blitzkrieg dann plötzlich ins Stocken. Die Schlammzeit, die gerade auf den Landstraßen die Erde in zähen Morast verwandelt, überfordert selbst die gut ausgerüstete Wehrmacht. Da ist nicht ein einziges Fahrzeug gekommen von unserer Batterie. Alles unterwegs liegen geblieben. Da ein Geschütz liegen geblieben, da die nächste Geschütz. Ich bin liegen geblieben mit den Kübelwaren. Das hat vielleicht acht Tage gedauert, bis die letzten Fahrzeuge denn da waren. Bald bricht der Winter ein. Zusätzlich zu den schlecht befahrbaren Straßen beherrscht nun die eisige Kälte das Vorankommen der deutschen Truppen. Soweit hat die Führung der Wehrmacht nicht gedacht. Winterbekleidung ist Mangelware. 7. November war der Unstellungswechsel, weil in Rostorf am Don die Russen wieder durchgebrochen sind. Zur Stabilisierung der Front müssen wir da ganz schnell hin. Jetzt waren aber 10, 15 Grad Kälte. Wir haben ja gerade keine Winterbekleidung gehabt. Da sind ja schon zig Soldaten erfroren durch diesen ersten Winter. Im Frühjahr 1942, da kriegten wir dann Winterbekleidung. Aber nicht als Wehrmachtsbekleidung, sondern von einem Winterhilfswerk gesammeltes Zeug. Ich hab da noch so eine Lederweste gekriegt gehabt. Die konnte ich ja gleich wieder wegschmeißen. Was soll ich denn da noch mit? Und eben Zivilkleidung haben wir dann gekriegt. Strümpfe und sowas alles. Also waren überhaupt nicht drauf eingerichtet. Keine Ohrenschützer, nix. So wie die Russen. Die hatten ja alle diese schöne Fellmützen. Wie man sie heute noch sieht, wenn man im Fernsehen guckt. Die haben uns dann nachher auch noch besorgt. Selber alles. Jeder musste sich selber was besorgen, damit er nicht die Füße erfriert. Da war so ein Handwerker, der hat dann so eine Galoschen gemacht. Also das war dann so wie gestepptes Zeug. Und dann so eine Gummigaloschen. Und die haben ja dann wahrscheinlich auch das Leben mitgerettet. Dann auch an meinen Kameraden. Und die Russen haben da festgenäht für ein paar Zigaretten oder sowas. Die hatten ja noch weniger wie wir. Die Schwierigkeiten der Soldaten im Osten weiß die NS-Propaganda jedoch wieder einmal für ihre Zwecke im heimatlichen Deutschland zu nutzen. Südwestlich von Moskau greifen die Panzer der Gruppe Buderian an. Die Bolschewiken hatten auch hier die Dörfer zu festungsartigen Stützpunkten ausgebaut, um die zähe und hartnäckig gekämpft werden musste. Die deutschen Infanteristen, Pioniere und Panzerschützen zeigten sich auch hier den Sowjets kämpferisch weit überlegen. Nur die besten Soldaten der Welt werden auch mit diesen ungeheuren Schwierigkeiten fertig. Der Winter ist schließlich überstanden. Die Schlacht um Moskau jedoch haben die Deutschen im Dezember verloren. Erbittert hatten die sowjetischen Truppen ihre Hauptstadt verteidigt. Eiserner Wille und Mut wächst in ihnen. Und die Rote Armee organisiert sich neu. Soldaten kommen aus den fernen Gebieten der Sowjetunion hinzu. Die Kriegsproduktion liefert neue Panzer nach. Die Deutschen bekommen nun die Rache für all das Leid, das sie ins Land gebracht haben, zu spüren. Am Don ist der Russland durchgebrochen. Der Oberleutnant von der 13. Kompanie hat Oberschenkelschutz bekommen, konnte nicht mehr zurückgehen. Und als wir ein paar Stunden später wieder einen Gegeneingriff gemacht haben, dass wir wieder in unsere alte Stellung kamen, wurde der Oberleutnant gefunden. Ich habe ihn auch gesehen. In ausgesprochenen Augen und abgeschnittenen Geschlechtsteil. Das passiert dir, als du wendig in Gefangenschaft kommst. Ich habe ja immer gedacht, wenn du den richtigen Schuss, dass du unter der Erde kommst, nicht arm verlieren oder schwer, kam doch gar keine Rettung so schnell. Das waren die Sanitäter, die dich dann eventuell in Sanitätswaren, war ja bei bei uns einer. Dass die dich dann zum Hauptverbandsplatz, aber wo? In der Zwischenzeit warst du doch verblutet denn. Der Krieg nimmt seinen Lauf und fordert jeden Tag aufs Neue unzählige Opfer auf beiden Seiten. Aus einfachen Männern sind längst erbitterte Krieger geworden. Dieser Panzer, der T-34, der auf der Anhöhe stand, vielleicht so 30, 40 Meter von mir entfernt, da hat er von unserer 8-8 ein Gewischt gekriegt. Ist aber liegen geblieben, nicht kaputt gewesen weiter, aber er konnte nicht mehr fahren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hinten einen Motor reingeschossen oder was. Und da ist dann tatsächlich von uns einer hingegangen mit einer Maschinenpistole und hat gerufen, die soll aussteigen oder soll sich ergeben. Grube, glaube ich, der stammte aus Essen, weiß ich noch. Da hat der tatsächlich dann eine Maschinenpistole reingehalten, bis Ruhe war da. So war das. Das war Krieg. Du oder ich, jeder muss dran glauben. Wer zuerst den Karabiner abgedrückt hat, der hat gewonnen gehabt. Keine Seite zeigt Gnade. Das Unternehmen Barbarossa, Hitlers Krieg gegen den vermeintlich ärgsten Feind der Deutschen, verlangt den Soldaten ihr Äußerstes ab. Vor allem für die jungen Soldaten ist das Gemetzel des Krieges ein furchtbarer Schock. Wir lagen vor dem Dorf. Auf einmal war alles halt. Und da kam der Befehl, die Infanterie auf LKW zu verladen. Und da kam ein Geschuss so zehn Meter vor uns in der rechts von dem Auto, vor dem LKW. Und gleich hinterher ein zweiter Schuss und der ging voll in den LKW rein, wo fünfzehn Soldaten draufstanden. Da war alles beiseite geschleudert. Der LKW war fast leer von Leuten, von Kameraden. Und da gab es Bilder, die ich auch nicht vergesse. Daneben lag noch ein Kamerad, der war sehr gut gekannt, war 32 Jahre alt, hatte zu Hause vier Kinder. Er hat Kopfverletzungen, konnte auch nicht sterben. Dann hat der Arzt gespritzt gegeben, dass er sterben konnte. Die steigenden Verluste auf Seiten der Wehrmacht durchkreuzen die Blitzsiegpläne des Diktators. Der Gegner ist auch nach dem Frühjahr 1942 noch nicht besiegt. Eine defensive Haltung kommt für Hitler nicht in Frage. Einzig eine weitere Offensive würde die sowjetischen Kräfte abermals schwächen können. Hoffnung setzt Hitler dabei in Friedrich Paulus. Entgegen großer Kritik übergibt er dem noch unerfahrenen Offizier die Führung von über 300.000 Mann. Friedrich Paulus wird zum Oberbefehlshaber der 6. Armee. Als er im Mai siegreich aus der Schlacht bei Scharkow hervorgeht, verstummen seine Kritiker und der Vormarsch der Armee in Richtung Kaukasus kann beginnen. Die Soldaten an der Front kämpfen derweil unerbittlich weiter. Der Krieg im Osten, der nun schon ein Jahr andauert, fordert viel Kraft. Trotzdem glauben die deutschen Männer auch jetzt noch an Hitler und seine Pläne. Da musste jeder hart werden und versuchen selbst durchzukommen. Ich meine, Essen war dann schon schlecht, Nachschub. Dann hat man ja von zu Hause dann gekriegt oder von Verwandten und Bekannten sogenannte Feldpostbäckchen. Da hat man sich immer gefreut. Meistens war dann ein Dauerkuchen oder eine Wurst mit drin. Und das hat der Nuss der Mitte noch geholfen. Sonst wäre es auch böse Aussehung. Es gab auch miese Peter, die gesagt haben, um Gottes Willen. Man hat nie gehört, dass einer gesagt hat, Hitler hat uns ins Verdamm geschickt. Das hat man nie gehört. Nie. Die deutschen Truppen werden umgruppiert. Personeller Nachschub erreicht die Front. Wieder muss die Rote Armee große Verluste in Kauf nehmen. Die Mitte 1942 war ein weiterer Tiefpunkt nach dem großen Tiefpunkt im ersten Kriegsjahr, als die Rote Armee zurückflutete und Hunderte von Tausenden Soldaten gefangen genommen wurden beziehungsweise getötet wurden von der voranstürmenden Wehrmacht. Der Sommer 1942 war eine Art von Déjà-vu, wo also wiederum die Wehrmacht kolossal territorial Gewinne machte und bis tief ins Landesinnere vorstieß. Stalin, der in den 30er Jahren im Zuge der großen Säuberung selbst Teile der militärischen Führung ermorden ließ, verfügt zum Zeitpunkt des deutschen Überfalls nun über ein unzureichend ausgebildetes Heer. Mitte 1942 steht es nun abermals schlecht um die Rotarmisten. Stalin war mit der Entwicklung des Krieges alles andere als zufrieden und teilte dann die Maßgabe, so kann es nicht weitergehen, es darf kein weiterer Schritt zurück gewichen werden. Also dieser Befehl war gleichermaßen ein Spiegelbild für den desolaten Zustand der Roten Armee, aber auch ein Umkehrpunkt, weil der Befehl zum einen in sehr starker, sehr prägnanter Sprache die Zustände in der Roten Armee geißelte und davon sprach, mit welcher Schande sich die Kommandeure der Roten Armee übergossen hätten. Der Befehl 227 soll mit all seiner Härte für Ordnung innerhalb der Truppen sorgen. Die Parole lautet, keinen Schritt zurück. Das ist auch in Geheimdienstdokumenten bezeugt, viele Soldaten der Roten Armee begrüßten den Befehl und sagten, jetzt endlich werden deutliche Worte gesprochen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil der Befehl in erster Linie Kommandeure auch zur Rechenschaft zog und das war für viele Soldaten auch willkommen zu sehen, dass jetzt die Kommandeure, die manchmal nur im Saus und Braus lebten und viel tranken, jetzt zur Rechenschaft gezogen werden würden. Trotz der klaren Ansage von Seiten der sowjetischen Führung und der dadurch resultierenden Stärkung des Widerstands, dauert der Siegeszug der Deutschen zunächst weiter an. Keine Witterung hält die Truppen der Wehrmacht auf. Im staubigen Sommer der Sowjetunion geht es voran, den Ölquellen im Kaukasus entgegen. Jeden Tag ging es vorwärts. Solange ich Soldat war, habe ich nicht erlebt, dass wir einmal zurück müssen. Das war immer, die sagten wir, ich bin noch dumm. Wir haben immer, jeden Tag, unser Tagesziel erreicht. Ob es durch die Dönsteppe ging oder durch die Kalimitensteppe, über ein Fluss drüber, über ein Böck, über ein Dönnetz, wenn man das Ziel erreicht, jeden Tag. Die Panzer rollen unaufhaltsam gen Osten. Das Ziel dieses Vormarsches ist den Soldaten allerdings noch nicht bekannt. Stellung gehen, Stellungswechsel, wieder gefahren, 50 Kilometer, auch mal 100, wieder Stellung gehen. Keiner wusste, wo es hingeht. Jeder hat gerätselt. Da hingen die Parolen rum. Wir dürfen durch Russland durchmarschieren nach dem Irak, um den Engländer aus dem Irak rauszuschmeißen, von den Ölfeldern da. Das war die gängige Parole, bis wir dann am 22. August vorm Donn standen. Mithilfe von Pontonbrücken überqueren die Soldaten schließlich den Fluss. Unsicher, was ihn als nächstes erwarten wird, schreibt Wilhelm Bernau im August 1942 an seine Familie im heimatlichen Jüterburg. Ich bin ja auch gespannt, ob wir die Volga zu sehen bekommen. Sind ja auch nur noch ein paar Kilometer. Sehen möchten wir sie ja alle. Hoffentlich ist uns das Glück vergönnt. Am östlichen Ufer des Dons angekommen, geht es allerdings nicht Richtung Süden in den Kaukasus. Hitler hat andere Pläne. Auf dem Weg der Wehrmacht zu den Ölfeldern von Maikop und Grozny befiehlt der Diktator der 6. Armee, nach Osten zu marschieren und Stalingrad zu erobern. Nach dem Willen des Führers muss die Großstadt an der Volga binnen acht Tagen fallen. Die Bevölkerung Stalingrad hat sich von Mitte der 20er Jahre bis 1939 verdreifacht. Seit dem deutschen Überfall im Juni 1941 hat ein unaufhörlicher Flüchtlingsstrom die Einwohnerzahl schließlich auf annähernd eine Million hochgetrieben. Das Industrie- und Rüstungszentrum an der Volga ist damals eine der größten Waffenschmieden des Landes. Seit 1925 trägt die Stadt den Namen Stalins und ist auch deshalb sowohl für den sowjetischen als auch den deutschen Diktator ein Prestigeobjekt. Nun sollen die Truppen der Wehrmacht die Stadt des verhassten Gegners einnehmen. Das war für uns auch nichts anderes als wenn wir in einer anderen Stadt, in einer Schalke oder sonst was. Da gab es keine andere Vorstellung. Die wird genommen und fertig. Und dann saß dort ein bisschen andererseits. Der Widerstand wurde schon härter. Am 23. August 1942 beginnt das Inferno. Ein verheerender Luftschlag der Deutschen soll Stalingrad sturmreif bomben. Allein in der ersten Woche sterben 40.000 Menschen in den Trümmern. Du hast Ruinen gesehen denn schon. Was vorher noch dastand als Turm irgendwie, Wasserturm, das war mit einem anderen Tag mit dem mal weg. Da war ja fast jeden Tag ein Großangriff auf Stalingrad. Die Division, die Division und Flugzeugen jeden Tag, Stugas, also Flugzeugtypen, Unmengen da. Und die Russen, die haben sich unten verkrochen, waren nicht zu machen. Hitler befiehlt, die gesamte männliche Bevölkerung der Stadt mit dem Namen des verhassten Feindes, müsse nach der Eroberung ausgelöscht werden. Am 12. September verspricht General Friedrich Paulus seinem Führer den Sieg. Binnen zehn Tagen. Stalingrad hatten wir sogar drei Führer. Und die Russen, die waren im Bunker unter der Erde. Konnten sich dort halten. Und haben eben jede Nacht über die Wolke rüber dort Nachschub bekommen. An Verpflege, an Menschenmaterial und, und, und. Der Widerstand ist groß. Die Sowjets wollen die Stadt um keinen Preis aufgeben. Die Stalingrad-Protokolle zeigen, wie politische Kommissare unermüdlich die Rotarmisten bearbeiten und zum Durchhalten ermutigen. Man lernt eben das gewachsene militärische Können der Soldaten. Das spiegelt sich in den Interviews sehr gut wieder. Dass im Grunde im Sommer und Herbst 1942 noch nicht mit der gleichen Kompetenz gekämpft wurde wie dann in Stalingrad. Und dann vor allem in dem Moment, wo man merkte, dass die Deutschen sich auch festbissen und dass man ihrer Herr werden konnte. Da ist dieses gewachsene Selbstbewusstsein doch mit Händen zu spüren. Es wird viel über örtliche Kampfhandlungen gesprochen. Die Verwendung von Sturmtrupps, die im Grunde dann im Häuserkampf tätig werden, anstelle von großformatigen oder großflächigen Offensiven. Kleine Gruppen, die geschult wurden. Soldaten mit ganz besonderen Fähigkeiten gelangen in Stalingrad zu trauriger Berühmtheit. Strafschützen, das war irgendwie drin, bei Deutschen auch. Die können sich in den Ruinen gut verstecken. Du siehst den Strafschützen nicht, du merkst nur, wenn es an dir vorbei ist, dass du es hörst. Aha, dicke Luft. Hatte ich aber nicht getroffen. Drückt weiter. 80 Prozent der Stadt sind inzwischen in deutscher Hand. In den Ruinen entwickelt sich ein erbitterter Häuserkampf mit unzähligen Toten auf beiden Seiten. Deutsche und sowjetische Kameramänner dokumentieren die brutalen Kämpfe Mann gegen Mann. Die Aufnahmen suggerieren Heldentum und Überlegenheit, obwohl für alle Soldaten Stalingrad in Wahrheit die Hölle ist. In dem Spielfilm Duell, Enemy at the Gates, wird Jahrzehnte später die Geschichte eines sowjetischen Scharfschützen erzählt. Hier ist das Interview mit dem Genossen Vassily Grigorych-Salzev. Das war im April 1943. Das Gespräch führt der wissenschaftliche Mitarbeiter der Kommission, Genosse Kroll, durch. Es stenografiert Genosse Roskliakova. Und hier steht dann Salzev, Vassily Grigorych, Held der Sowjetunion und dann Znabny Sniper. Das ist Russisch für Edelschützen. Das war ein Titel, den man bekam, wenn man 40 gegnerische Soldaten erlegt hat. Und dann bekam man den Titel Edelschütze oder vortrefflicher Schütze. Nach der Schlacht wird Seizev als Held der Sowjetunion ausgezeichnet, hat er doch das höchste Kampfkonto aller Scharfschützen. Ein Stalingrad-Protokoll belegt die Schattenseiten des Ruhms. Was ganz rausgeschnitten wurde aus der Veröffentlichung, waren die Passagen, wo Seizev über die Anstrengung des Krieges spricht und über die Versehrung, die er erlitten hat als Scharfschütze in Stalingrad, der 240 Deutsche auf seinem Konto, wie er es ausdrückt, hatte. Diese Versehrung beschreibt Seizev als ein Auge, das praktisch blind ist, in das also ein Granatsplitter eindrang, und ein ständiges Zittern, das ihm überkommt, Albträume, die er hatte. All das hat er zu Protokoll gegeben, aber konnte dann in der Publikation so nicht genannt werden. Langsam macht sich die Erkenntnis breit, dass der Häuserkampf schwere Verluste an Menschen und Material fordert. Und dennoch. Adolf Hitler tönt in einer Rede im Berliner Sportpalast, kein Mensch werde die Wehrmacht mehr von Stalingrad wegbringen. Mitte September hieß es mit einmal plötzlich, wir müssen Winterstellungen bauen. Da haben wir gesagt, was ist denn Ufer los? Ich denke, wir wollen Stalingrad einnehmen, Winterstellungen bauen in der Nordriegelstellung. Und da habe ich dann den Auftrag bekommen, dienstlichen Befehl, zum Traktorenwerk zu fahren, um da für den Bunkerbau Zeug zu holen. Also Stahl, Träher und was man so alles gebrauchen kann zum Bunkerbau. Ja, dann bin ich da reingegangen und denke, Mensch, hier steht ja so eine Riesenpresse, so ein Ungetüm, so hoch wie die Stube, vielleicht noch höher. Und sehe, dass da ja auch Fabrikationszeichen auch was dran ist, wo der Hersteller. Gehe ich hin, lese ich, was meinen Sie, was hier dran stand? Grupp, Große und Magdeburg. Prima, wa? Und dann die Elektrizität, der große Kasten, die da war, Siemens und Heilske, Berlin. Was für einen Gedanken machen wir nicht da nur, wenn man sowas liest? Jetzt verkaufen die Ware oder Rüstungsgüter an den ärgsten Feind, um uns damit bekämpfen zu können. Das war ein Schock für mich. Das sinnlose Töten und Sterben beherrscht den Alltag in Stalingrad. Mitten unter den Kämpfen in den Ruinen der Stadt befinden sich derweil noch große Teile der Zivilbevölkerung. Da war noch eine Kellereingangtreppe. Da guckst du auch noch rein. Vorne unten sitzt eine hübsche junge Frau mit einem Baby im Arm. Und der ganze Keller voll Russen da. Da stehe ich alleine als Deutscher, so ich da damit mal. Ich habe auch keine Angst gehabt. Da habe ich auch gewusst, da passiert nichts. Das wäre gar nicht runtergegangen. Ja, was machst du denn, du die armen Leute da? Dann bin ich wieder zurück und habe dann Zigaretten geholt, ein paar Schachteln, und habe dann den Männern da, die vorne saßen, haben sich auch bedankt. Mehr konnte ich ja auch nicht machen. Wochenlang ertragen die Einwohner den Häuserkampf zwischen den Truppen. Kaum ein Haus steht mittlerweile noch. Und jederzeit müssen sie mit dem nächsten Bombenangriff rechnen. Eine Evakuierung, die der zuständige Politkommissar Nikita Khrushchev vorschlägt, lehnt Stalin zunächst ab. Sie könne als ein Beschluss, Stalingrad aufzugeben, gewertet werden. Die Evakuierung der Zivilbevölkerung erfolgte sehr spät. Stalin wollte auf gar keinen Fall eine Massenflucht zulassen. Dann wurde eine Evakuierung von einigen Arbeitern, die also nicht für die Rüstung oder für die Verteidigung der Stadt als relevant galten, zugelassen. Allmählich steigerte sich das bis dahin gehen, dass dann im September 1942 alle Arbeiter die Stadt verlassen sollten. Und auch die gesamte Zivilbevölkerung, die nicht arbeitende, beziehungsweise die nicht in der Rüstungswirtschaft arbeitende Zivilbevölkerung, mit evakuiert werden sollte. Viele haben sich dann geweigert zu gehen, weil sie einen Winter in Stalingrad trotz der Kämpfe vorzogen, einem sehr ungewissen Schicksal in der offenen Steppe und nicht wussten, auf was sie sich einließen bei einer Evakuierung. Die Zivilisten sollen auf das andere Volga-Ufer gebracht werden. Getroffen von deutschen Bombardements versinken jedoch viele der Boote noch vor dem Ziel. Das Überleben inmitten der Häuserkämpfe ist für die Soldaten inzwischen reine Glückssache geworden. Wilhelm Bernau, inzwischen 22 Jahre alt, weiß damals nicht, ob oder wann er seine Familie wiedersehen wird. Er schreibt aus Stalingrad am 22. September 1942 an seine Eltern, Gestern hatte ich mal wieder Glück, da ist eine Karabinerkugel durch mein Fenster gegangen. Es ist lediglich nur die Scheibe auseinandergeflogen und ich hatte im Gesicht nur lauter kleine Glassplitter. Glück muss der Mensch eben haben. Man wird ja nachher so abgestumpft, wenn man monatelang, jahrelang bei so einem Haufen ist, so einem Kriegseinsatz. Da fällt einem zu Hause mal, bei Löffi mal was ein, aber sonst überhaupt nicht. Inzwischen sind es nicht nur die Kämpfe, die an den Nerven beider Truppen zehren. Der Winter bricht in Stalingrad ein, im Oktober fällt der erste Schnee. So wird auch die Kommunikation zwischen den Truppenteilen, die in der Stadt verteilt in Stellung liegen, zusätzlich erschwert. Ich habe mehr oder weniger jeden Tag verschiedene Aufgaben bekommen. Es war ja so, es war dann im Oktober, war es ja schon sehr kalt. Heute wäre es kein Problem. Aber da gab es die Nachrichtenkompanie, die mit ihrem Funkgerät, und das Funkgerät hat bei 30 Grad Minusnummern funktioniert. Die hatten den großen Kasten auf dem Rücken, und was die sonst über den Funk oder über was kriegt, dann musste ich jetzt zu Fuß zu denen bringen. Ob ein Zettel mitgebracht oder mindestens überliefert, das war meine Aufgabe. Die deutschen Lanzer nennen die Trümmerwüste an der Volga inzwischen Stalingrab. Nun tut die Kälte noch zusätzlich ihr Übriges. Jeder hat nun versucht, irgendwas an den Füßen zu haben, um nicht die Füße zu erfrieren. Teilweise Russenmäntel umgedreht, dass man nicht als Russes rumgelaufen ist. Na ja, dann sind ja laufend Leute gefallen. Da konntest du nicht ein paar Stiele dann davon einem nehmen, oder eine schöne Jacke oder Übermantel. Wir waren ja den Russen in der Beziehung in der Bekleidung weit unterliegen. Die Russen hatten die Watteanzüge, Wattestiefel, Wattemütze oder Fellmütze. Und wir hatten dann Übermantel. Die konntest du umdrehen, da war eine Seite weiß, die andere war eben Fellgrau, so wie unsere Militärfahrer waren. Aber das war doch alles so umständlich, diese großen Mäntel. Die Russen, die haben natürlich die Watteanzüge gehabt, große Reihen, Jacke an. Und die sind prima durchgekommen da. Jene Soldaten, die währenddessen noch vor der Stadt Unterstützung sichern, sind zwar vom Häuserkampf verschont, jedoch dem sowjetischen Winter schutzlos ausgeliefert. Die kämpfenden Truppen, die in der Steppe lachen, die konnten sich keinen Unterstand bauen. Die hatten nichts, die hatten nur Steppe. Und das waren arme Schweine. Ich hab's gesehen, am anderen Tag kamen viele von diesen Kameraden, die draußen in der Steppe lagen, rein auf Knien, weil sie die Beine erfroren hatten, die Füße erfroren hatten. Also wenn ich das hier noch einmal, da schüttelt es mich. Ich hab gesehen, da kamen drei Kameraden, haben einen geführt, die zwei äußeren Kunden selber. Die haben sich hingesetzt, die sind alle drei eingeschlafen. Was ist denn, wenn du untergekühlt bist, hast du nur eingedrungen, du bist mieter, weil der Geist läuft, die Ärztätigkeit ganz langsam schlägt, der Puls. Du müsst im Moment schlafen, die machen alle nicht mehr auf. Die schlafen in den Tod hinein. Der Winter in Stalingrad wird von Tag zu Tag unerbittlicher. Unter den Deutschen breitet sich Erschöpfung und Resignation aus. So ist die Wehrmacht in keiner Weise darauf vorbereitet, als die Rote Armee am Morgen des 19. November 1942 eine Großoffensive beginnt. Binnen drei Tagen werden die Deutschen vom Nachschub abgeschnitten. Die sowjetischen Truppen machen den Kessel Stalingrad zu und schließen die Deutschen in der Stadt ein. Dann kam mit einmal die Nachricht, wir sind eingegesselt. Aber wir haben uns keine Gedanken gemacht, was soll denn das, wenn da ein Gegenangriff ist und von außen wir, aber von innen noch mit drei Panzern, die wir sind, also die Reste von den drei Panzern, die wir sind, 14., 16., 24., dann sind wir wieder draußen. Ja, Pustekuchen. Ich war in mein Loch gehockt, wir hatten einen Unterstein gebaut. Da hieß es, der Russ hat uns eingegesselt. Da waren noch zwei Kameraden mit. Da haben wir herzhaft an den Lachen gefangen. Was? Der Russ hat uns eingegesselt? Nicht mächtig. Das war ein Witz für uns. Aber ein paar Tage später müsste man das ganz schnell zur Kenntnis nehmen, dass das ernst ist. Sehr ernst. Dieser Zustand sei nur vorübergehend, will Hitler seinen Oberbefehlshaber Paulus per Funkspruch Glauben machen. Gleichzeitig verbietet er die Kapitulation. Aus Prestigegründen. Es war Stalins Stadt und weil es Stalins Stadt war, hat es eben auch diese große strategische Bedeutung gehabt. Im Grunde war Stalingrad ein Nebenschauplatz für Hitler, aus Hitlers Sicht. Es ging darum, die Nordflanke des Ansturms oder des Vorstoßes in den Kaukasus zu sichern und gleichwohl in einem Zug dann auch die Wolga abzuschneiden, eine Verkehrstrasse abzuschneiden. Aber es entwickelte dann diese weltgeschichtliche Bedeutung doch sehr stark über den symbolischen Gehalt, den beide Seiten der Stadt zuerkannten, weil es doch Stalins Stadt war. Zunächst kann die Luftwaffe noch Lebensmittel und Material in den etwa 80 Kilometer breiten Kessel fliegen. Doch die Versorgungslage verschärft sich binnen weniger Wochen. Entgegen der Beteuerungen der Naziführung mangelt es den 250.000 Eingeschlossenen nicht nur an Nahrung, sondern auch an Brennholz und Winterkleidung. Dr. Göring hat ja versprochen, den Kessel von der Luft aus mit Waffen und Verpflegungsmitteln zu versorgen. Nicht in Bruchteil hat er reingebracht. Hilfe von außen wird immer unwahrscheinlicher. Und so bleibt den Deutschen nur eine Hoffnung. Die Flucht. Kurz vor Weihnachten, da hieß es plötzlich, morgen beginnt der Ausbruch. Nächsten Morgen, wir werden nicht geweckt. Gar nichts. Rührt sich nichts. Dann rumgefragt. Was ist denn los? Warum sind sie? Und dann ist eben rausgekommen, denn im Laufe des Vormittags ist dann ein Vorgesetzter, kann sogar noch ein Offizier gewesen sein, ein Lötner, was. Also der Führer hat den Ausbruch verboten. So, und dann haben wir alles in der Lauer gemacht hier, haben gesagt, nu sind wir gefangen und nu wird nichts mehr. Hier kommen wir nicht mehr raus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017